Wer das Denken der Bürger steuern will, muss ihre Lektüre kontrollieren. Die Nationalsozialisten griffen deshalb schon im Frühjahr 1933 zum brachialen Mittel der Bücherverbrennung. In den meisten deutschen Städten wurden die Aktionen von der deutschen Studentenschaft gesteuert. Da Ulm damals jedoch noch keine Universität besaß, lag die Organisation hier in den Händen von NSDAP und HJ. Es war ausgerechnet der Kunstverein, der die Ulmer Bürger dazu aufrief, Werke jüdischer oder demokratisch gesinnter Autoren der Sammelstelle der Hitlerjugend zuzuleiten. Am 15. Juli 1933 wurden nun also auch in Ulm die Werke von Erich Kästner, Berthold Brecht, Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx, Alfred Döblin, Irmgard Coyne und vielen anderen Autorinnen und Autoren ins Feuer geworfen. Inge Scholl hatte begeistert zugeschaut. Eben komme ich vom Münsterplatz. Dort war eine Feier. Alle Schund und nicht-deutsche Schriften und Fahnen wurden auf einen Haufen gebracht und verbrannt. Wie lustig das Feuer prasselte. Man erfährt nichts davon. Und es ist auch kaum vorstellbar. In der Familie Scholl wurde viel gelesen und es galt ein weiter Begriff von Allgemeinbildung. Das Kino hingegen war bei den Scholls eher verpönt. Es galt als Medium der leichten Unterhaltung. Dennoch wird den Geschwistern kaum der Film Hitlerjunge Quecks entgangen sein, der im September 1933 Uhr aufgeführt wurde. Dieser Film vom Opfergeist der deutschen Jugend, so der Untertitel, erzählt die Geschichte eines Jungen, der im Einsatz für die HJ ums Leben kommt. Dass sogar Josef Goebbels, der Propagandaminister, den Plot für zu durchsichtig hielt, will schon etwas heißen. Das Lied »Vorwärts, vorwärts« wurde hier zum ersten Mal präsentiert und bald unter dem Namen »Unsere Fahne flattert uns voran«, ein richtiger Renner in der HJ.